Herzenssache. Herzensverein. Großartig. Zusammenhalt. Mein Leben. Zweite Familie. Meine neuen Lieblingsfarben. Heimatfarbe. Ikea. Eine Farbkombination, die uns im Verein darstellt. Das Finale bei einem Turnier in Barcelona. Mein erster Einsatz. Als wir vor zwei Jahren Cupsieger geworden sind und auch die Landesliga gewonnen haben und aufgestiegen sind. Der Aufstieg in die Regionalliga, aber der kommt noch.